Neun Wochen Ferien. Das bedeutet viel Organisation seitens der Eltern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Salzburger G. werden in Sachen Ferienbetreuung vom Unternehmen bestmöglich unterstützt. Es ist so, dass wir für unsere eigenen MitarbeiterInnen ein Feriencamp anbieten, die Adventure Camps, wo man wirklich auch den MINT-Bereich spielerisch eben auch kennenlernt. Und daneben wirklich für ganz Salzburg die Robocamps, die echt eine tolle Sache sind. Beim Adventure Camp gibt es zwei Wochen lang richtig viel zu erleben. Das ist eben für Kinder von sechs bis zwölf Jahren und es ist so, dass wir das wirklich total bunt mischen. Bei unserem Museum, dem Wasserspiegel, ist wirklich für die Kinder eine tolle Führung organisiert, wo sie das wirklich spielerisch erleben und einmal den Einblick kriegen, wo das Trinkwasser in Salzburg herkommt. Ich habe sehr erstauntlich gefunden, den Hofbehälter, dass da 25.000 Kubikmeter Wasser reinpasst. Und das sind die Wasserspiegel, dass sie so arg spiegelt sind. Also so arg spiegeltes Wasser habe ich in meinem Leben. Sonst ist es meistens immer so verschwungen, aber da war alles glatt. Man kann auch manche Sachen ausprobieren und was ich voll arg finde, ist, dass das ganze Museum früher der Wasserspeicher war. Der Wasserspiegel ist aber nur eines der Highlights. Denn ein waschechtes Wasserkraftwerk, das bekommt man auch nicht alle Tage zu sehen. Das Kraftwerk in Lehn ist ja eines der schönsten und modernsten Kraftwerke und mitten in der Salzburger Altstadt wirklich eingebettet und so natürlich. Und man sieht zum Beispiel auch den Fischaufstieg, also wie da auch die ganze Natur eingebettet ist. Und das sehen Sie wirklich hautnah. Die Fischtreppe ist dafür da, dass die Fische in das Wasserkraftwerk einige schwimmen. Und das ist eigentlich so eine Zickzacklinie. Ich liebe Technik und da drinnen ist halt viel cool mit den ganzen Apparaten und Maschinen. Ich möchte mal Sängerin werden, wenn ich groß bin. Aber irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass ich was mit Technik machen werde. Auch das Thema Energiesparen und die Lehrwerkstätte der Salzburger AG sorgen bei den Kids für Begeisterung. Für alle Kinder zugänglich ist das Robocamp der Salzburger AG, wo die Kinder lernen, wie sie einen eigenen Roboter programmieren. Die Robocamps sind für Kinder von 9 bis 14 Jahren. Und da ist es wirklich so, dass die Newcomer genauso dabei sind wie welche, die das schon mehrjährige Jahre auch besuchen. Und man lernt dort einfach ganz spielerisch in die Robotik einzutauchen und wie viel Spaß Informatik macht. Und wir haben auch sehr, sehr viele Mädels dabei und auch eigene Camps für Mädchen. Ein echtes Herzensprojekt der Salzburger AG soll im neuen Jahr unterstützen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kindern gestartet werden. Genau, unser Herzensprojekt ist unser eigener Kindergarten, Betriebskindergarten Salzburger AG, mitten in der Stadt, neben unserem Hauptgebäude. Und da befinden wir uns gerade in den Genehmigungsverfahren. Also die Behörden müssen uns nur die Genehmigungen erteilen. Und dann wird es auch schon losgehen im September 2024. Im Kindergarten werden dann Kinder von 1 bis 6 oder 7 Jahren bis zur Schule quasi sein. Aber wir wollen uns wirklich sehr fokussieren, um den Eltern beim Wiedereinstieg zu helfen auf die Kleinsten. Das Besondere an unserem Kindergarten wird sein, dass das wirklich ein MINT-Schwerpunkt wird. Das heißt, da wird man genauso wie jetzt in unseren Feriencamps sehr gut begleitet und kriegt einen Einblick wirklich in die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Technik, Naturwissenschaften. Das heißt, die Natur ist dort erlebbar, aber auch die Energie und wie es zur Energieerzeugung kommt. Sie werden auch Ausflüge machen zu unseren Kraftwerken. Sie sehen dort dann live, wie wir wirklich die Energie- und Mobilitätszukunft gestalten können und wie eben Energie zum Beispiel erzeugt wird. Alle Infos rund um das Ferienprogramm der Salzburg AG finden Sie auf unserer Webseite.